Das war's für heute. Grenzüberschreiter Stiefel. Wenn du spurtest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Plus eins Schaden, wenn sie spurtet. Ja, 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 ja. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Ein bisschen was habe ich auch schon gelootet. Ölflasche, nice. Gut, dass bei Helzer nichts drin ist, macht Sinn. Ein Wasserfass, ein Holzfass, ein Feuerweinfass. Das sind Lagervorräte. Ja. Drei Heiltränke. Und noch mehr Lagervorräte. Sehr gut, hier haben wir noch Fässer. Ist auch Lager, ne? Ja, gut. Das ist auch gut, dass wir jetzt sowas finden. Dann können wir nämlich direkt schön eine große Rast machen. Oh, es wird gespeichert. Oh, was denn hier los? Beweistruhe. So, Gefängnisschlüssel benutzt. Kokon aus Spinnenseide. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ich will es ja nicht verbrennen. Ich will es ja nicht verbrennen. Ich komm da nicht ran. Ich komm da nicht ran. Äh... ... Da ist irgendwas außer Reichweite. Na gut. Mysteriöses Loch mit dem toten Elf. Die Leiche untersuchen Eine 9 Die Leiche unterscheiden Die Leiche verschwindet ein Tunnel Vielleicht kann man es weg, wo er verletzt hat Ich habe auch niemanden, der irgendwie klein ist. Vielleicht kann man da irgendwas raufschießen. Wow, wirklich? Interessant. Okay. Die kommen da alle nicht hoch, rechtzeitig. Aber ich könnte in den rundenbasierten Modus wechseln, wo ich jetzt nichts lesen konnte, weil... So, Rettungswurf gelungen. Jetzt muss ich gleich nur mal gucken, wie das aussieht mit meinen Aktionen von da oben. Er kommt schon mal hoch. Und schmeißt Säure. Okay. Das heißt, wir schubsen ihn, ne? Aber haben es natürlich nicht geschafft. Ich kann sogar noch hier unten hinlaufen, das ist ja interessant. Das macht nichts. So, seine Reaktion ist weg. Alle anderen könnten jetzt vorbei laufen. Das ist gut. Ich kann auch ein Schwur fokussieren. Ich versuche ihn wieder zu schubsen. Schade. Sie kann sich echt nicht weit genug bewegen. Dann schießt sie im Bogen. Auf den Angeschlagenen. Und geht noch weiter. Helfsinn kümmert sich um den Goblin, der da liegt. Das ist eine Elfe, ne? Kann man eh nicht einschläfern. Siebzig, fünfundsiebzig. Schade. Ja? abgeschirmt von der stimme der absoluten abgeschirmt so okay nice nicht so nice höhlen bär du glaubst jetzt mehrfach angriff über mehrere angriffe gegen ein ziel aus bonus aktion springen oder sich selber heilen ok tiergestalt aufgeben nein du musst da weg du kannst aber hier hoch und da kann man sehen was du machst geht ob du da unten was hinmachst ich bin geneigt weiter auf den einfach zu schießen den treff ich leichter wollte ich eben noch sagen nice nicht so nice okay wahrscheinlich die falsche reihenfolge gewählt habe ich da weg gemacht ziehen gelegenheitsangriff versuch den mal zu töten astarion so das war ein treffer versuchen wir sie nochmal benommen zu machen ja mit einer reckless attack sehr gut so du musst jetzt unserem kollegen hier drüben helfen ich brauche zauberplätze um treffer punkte wieder herzustellen ok krass 1 bis 8 2 bis 16 2 bis 16 und noch eine attack um weg Das muss ich mich tatsächlich mal heilen, ey. So, aber ich kann ja jetzt immer noch, nee, ich kann nicht mehr genug laufen, weil da ein paar im Weg sind. Kannst du dir die Todeskarte fühlen? Ich kann es nicht mehr so machen, ich kann es nicht mehr so machen. The lance board is set. 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 Was haben wir hier Schönes? An ihrem Tisch. Kriegskarte. Karawane Zollhaus Waldvorräte. Mhm. Mhm. Puh, noch mehr Schuhe. Wenn der Träger seinen Zug auf einer elektrifizierten Oberfläche beginnt, erhält er drei Blitzladungen. Okay. Ach, da wäre auch noch mal so eine Trommel gewesen. Okay. Die von Sauron. Du merkst keine Reaktion aus dem unblinkenden Augen. Die Schnellreise. Und das geht auch. Habe ich da keinen Wegpunkt? Ne, irgendwie habe ich da wohl keinen. Okay, ich bin gespannt. Wir haben keine kurze Rast mehr. Wir müssen eine lange Rast machen. Ich habe gerade kurz gedacht. Gail, was ist mit dir? Musst du wieder einen magischen Gegenstand verzehren? Meine Kondition wird wieder schlimmer. Ich muss eine gewisse magische Magie konsumieren, oder es kann volatil sein. Oh Gott. Achso, der Wurfspeer, der ist immer noch eine... ...ne... ...möglichkeit. Danke. Danke. Der Magier von Tiefwasser. Meine Preisen, meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Es ist eine strange Erfahrung. Each time anew. Ich kann... ...lost soul is spelunking through the darkness that is me. Only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But... ...this doesn't feel quite right. It never feels right. But it relieves. This doesn't relieve. Geht es euch gut? Kann ich euch irgendwie helfen? Du machst viel für mich. Mehr als du weißt. Aber das kann nicht beurteilen. Die Magier ist nicht so, wie es sollte. Es ist nicht so, wie das letzte Mal. Wie eine Regensturm, die ein Wurzeln schlägt. Es nur schlägt. Die Embers schlägt. Die Wurzeln bleibt. Die Wurzeln bleibt. Ich bin nicht sicher, was passiert. Aber nichts gut. Bitte. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. hochheils nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Und nachdenken. Danke für den Erfurt. Ein bisschen was es. Es war, das auch. Ein bisschen was, das ist. Ein bisschen was, das ist. Behaltet euer Geld ruhig. Ich glaube, dass er mit Korga aufsteht. Wie für uns. Keine Arme an unseren Hälften. Unglaublich. Wir können endlich verlassen. Aber vielleicht müssen wir nicht über Freude sprechen. Wir sind heute in eurem Camp, um uns zu feiern, wenn ihr uns habt. Wir sehen uns dort. Oh, schön. Heldrell nicht wollte. Und diese Drüide sicherlich nicht. Aber du... Du hast uns für uns geschehen. Voll schön. Wie sie sich alle freuen. Ach, Aramella. Boulders Gate. Wir kommen. Wir haben nicht sterben heute. Morgen vielleicht, aber nicht heute. Dank dir. Awww. Oh. Okay, er ist pessimistischer. Ach, hier. Rollen. Ah, du riefst auch noch einen in die Fresse. Ah, hier ging noch gut was los. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. So bin ich. Und ich bin sicher, dass die peinen Flüchtlinge ziemlich entspricht. Natürlich. Genau. Und ich bin auch nicht. gemütliche brühe so wir verkaufen aber mal eben von haus aus der ausrüstung das ist eine fackel das ist alles lagergegenstände zutaten scheiße ringe sind doch zutaten schwerer stein seile behalte ich aus unerklärlichen gründen immer oh ja diebeswerkzeug und wie teuer ist fallend schärfer werkzeug ach so ich bezahle weniger sanfter brief hauptbuch des zollamtes ich muss die bücher auch mal weg packen und diesen ganzen malachit krams müssen wir auch mal weg packen so waffen was ist da mit waffen salami 4 bis 7 schaden krass so eine schaufel kann weg seelenmünzen okay may you keep balance balance come on let's go und 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 Oh, Quaint! Nichts hier für dich. 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 Oh, jetzt geht's los. Ich sollte dich aus diesem Ort. 永永永. Insofern, ich werde zu hören, die Sie mir verdienen. Ich verdiene dir nichts. Goblins haben uns wie röchst, während du nach dem Vergangen hast. Du wählst uns. Ich wählst uns. Silence! Das Recht hat sich geschlossen. Ich werde dich bleiben. Aber Sie sind ein Neues. Sie haben vergessen, den Weg der Druiden. Unsere Ort in der Natur. Du solltest das alles wieder lernen. Genau hier. Abwechst dich, und Natur's Führer wird dich zerbrechen. Wie du möchtest, Herr Hellsinn. Sie zeigt groß Mut, um es milde zu formulieren. Sie zeigt groß Mut, Sie zeigt groß Mut, Aber Zeit wird sie schulden. Und die Grove braucht sie. Sie braucht sie. Sie werden bald sehen, warum. Aber genug davon jetzt. Ich gebe dir meine Dank. Die Grove steht. Die Grove steht. Und wieder, ich bin in deinem Tod. Sprich mit Rath. Er wird dich für deine Effizien. Und mein Problem? Ich brauche Hilfe. Tomorrow morning. We shall discuss what is to come. Banished. Then banish me. When the coming army marches, there will be none to protect you. Sprich mit Rath. Das machen wir noch. Ich war nicht sicher über dich zuerst. Ich dachte, dass du wunderschön bist. Ich war sehr falsch. Ich war sehr falsch. Na? Ja. Du hast es geschafft. Du hast das Haus zurückgebracht. Danke. Nein. Danke ist nicht genug. Ich kann Sylvanus dich für alle deine Tage gebeten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Camp mit Goblins zu nehmen war eine einfache Aufgabe. Halb so wild. Ich bin froh, dass Hellsinn in Sicherheit ist. So bin ich. Die Grobe wird wieder komplett sein. Und ich habe dir eine Reward. Nichts? Lass mich auf deinem Camp zeigen, wo du das Geld findest. Geh diese Rune. Du brauchst es. Was? Was? Willst du tanzen? Oh, ein anderer Stranger kommt, der mich wöhnt. Was machst du? Hunde mich? Hunde mich? Hunde mich? Hunde mich, Hunde mich, Hunde mich, Hunde mich. Hunde mich. Ganz ruhig. Niemand wird dir wehtun. Stupid or a liar. Neither is needed here. Go! Hm. Mach mal was. Ob Netty noch was sagt. Sehr gerne. Das ist mal eine sehr interessante Sichtweise von Dingen. Find ich gut. So, Hundele. Jetzt hat er gesagt, hier gibt es eine Belohnung. Oh, jetzt gibt es hier eine Belohnung. Reise zu den Türmen des Mondausgangs. Da müssen wir auf jeden Fall noch mit Hellsinn sprechen. Im Lager. Welcher Tempel war denn das? Ich weiß gar nicht wo das sein soll. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir mit Zefflor reden müssen wegen der Party. Das können wir mal eben noch herausfinden. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Das ist mir auch etwas krasser vorgestellt. Zwischendurch hatten wir ja auch noch mal ein bisschen Glück. So, wo ist jetzt Zefflor? Der ist da oben, ne? Ja. Gehen wir augenblicklich hin. So. Und nächstes Mal fatschen wir mal hier mit ein paar Leuten. Bis denn.